Mein Name ist Talissa, ich komme aus Deutschland. Ich habe mich für die Schlauch-Magen-OP in der Türkei entschieden, was sehr gut war. Die Klinik ist sehr gut, die Schwestern kümmern sich, man ist gut aufgehalten, der Arzt ist top, ich würde es immer weiterempfehlen. Alles war super, die Ärzte sind nachts, morgens, mittags gekommen, kümmern sich, fragen immer nach, ob man etwas braucht. Man ist immer in guten Händen, man fühlt sich echt super aufgehoben, ich würde es immer weiterempfehlen. Vielen Dank an alle, an das ganze Team, an die Klinik, danke. Hallo, mein Name ist Talissa, ich war am 6. Januar bei Dr. Hasan Erdem in Istanbul und habe mir einen Schlauch-Magen machen lassen. Mein Schaltgewicht war 125 Kilo, mittlerweile bewege ich 80 Kilo, habe in 8 Monaten 45 Kilo abgenommen. Man ist einfach, es fühlt sich an wie ein anderer Mensch und wenn ihr es im Kopf habt, dann zieht es auf jeden Fall durch. Ich bereue, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe. Ja, es ist einfach ganz anders, man ist viel sportlicher, man ist nicht direkt außer Atem, wenn man sich bewegt, das Shoppen macht endlich wieder Spaß. Ja, und es ist einfach super. Ich danke auf jeden Fall auch dem ganzen Team vor Ort, den Krankenschwestern, die sind super nett mit der Sprache, braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Dort ist alles geregelt. Ja, das größte Dankeschön geht natürlich an Hasan und Mehmet. Danke für mein neues Leben und ja, zieht es auf jeden Fall durch. Haltet nicht an irgendetwas fest, wenn ihr euch das im Kopf setzt, dann zieht es einfach durch. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen und ich wünsche euch alles Gute.